Grüß dich, ich bin's mit Eure Bernd. Und heute geht's mir nicht so gut, weil mir nervt, ein Zwischenab und arbeite ich wieder, wird schon wieder besser werden. Und am Wochenende war ich auf der Wohnung, da war's Eure recht lustig. Und da hab ich mit meinen anderen Kollegen ab, hab ich's halt hier unten geschluckt. Und da war's Eure recht gemütlich. Und ja, so geht's mir eigentlich ganz gut. Und ja, ein paar Wochen ist Weihnachten. Und freut mich auch schon ein bisschen. Und ja, Freitag ist auch schon auf Weihnachten. Bitte schreibt uns in den Kommentaren, wenn's gut. Vielen Dank, Reiche Bernd.